Hey, 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 hey. Warte, es kommen bis hier vorbei. Warte mal. Warte. Hey. Motherfuck. Schaut wie die raussehen. In die Blut. Das ist passiert, Leute. Motherfuck. Alter, es ist grad nicht echt drin, das ist. Und ich hab die Schnauze vor. Ich habe die Tastatur verbunden. Auf einmal bin ich besser. Hör! Mach mal bereit. Ja. Komm, wir haben das dann voran. Ja, das ist dann halt gut. Ich habe alle eine Leistung rein, wenn ich alles sag. Epic-Freundet-Roll-11. Nein! Das ist das. Wenn du eine Runde bist, dann kriegst du dich. Und ja. Tschö mal, Bruder. Bruder muss los. 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 Lacht mal. Ehhh... Nachschreib mal. Die ganze Zeit irgendwas hin. Die ganze Zeit irgendwas hin. Mit Honak. Ich schwöro, du bist eine Ehrenfrau. Die Ehrenaktion. Batsche. Jetzt können wir die Runde statt nach Breitkollega. Aber wie die Kasse, Alter, blau. Grau? Ja, ich sehe blau bei mir. Blau oder grau? Blau oder grau? Blau, so wenn ich in der Runde wäre, so wie hektisch. Blau, aber das ist ein Bug, das vorhin nie rausgenommen hat. Dann wirbt das auf mich, wie nie und nie. Was geht? Trinke Powerade. Leute, wenn ihr mich alle hört, schreibt in den Livestream rein. Scheiße! Hast du das gehört? Ich habe alles auf die Tastatur gemacht. Du bist so witzig, Alter. Du bist so witzig, Alter. Junge, wie kann man mit der Tastatur den Busfahrer denken? Einfach mit Kontrolle drücken. Nein! Bist du schon ausgestiegen, oder was? Zum ersten Mal, das ist das siebte Mal, dass ich mit der Tastatur zocke. Das siebte Mal. Das siebte Mal? Ja, dass ich mit der Tastatur zocke. Aber das ist noch schwieriger. Das siebte Mal. Halt's euch drüben! Welche Farbe? Ich habe Rot, Blau, Gelb. Welche Farbe sollte ich aktivieren in die Tastatur? Rot sollte ich aktivieren. Später ist mir egal. Ja, das ist mir egal. Du kannst auch Blau abziehen. Macht Blau! Blau ist sehr gut. Ich habe kein Blau! Ich habe nicht Trug! Schwer. Nein! Diese Zeug machen können wir schon, Aldo! Oh, keine Bock mehr! Alter, ich hab kein Bock mehr. Alter, ich hab kein Bock mehr. Okay. Was geht so, geht so, dass du nicht so es auch für? Oh, oh. Scheiße. Ich hab einfach dafür Glück. Ich hab gekillt. Ich hab sie gekillt. Ich hab einen Kill. Ja. Oh, das geht ab, Alter. Ich bin gut einfach. Aber der hatte eine Pumpgun. Okay, 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 okay. Mann, ey, jetzt gar keine mehr Livestream sind, Mann. Mann, Mann. Guck mir mal zu. Ey, Bruder. Bruder. Guck mir mal zu und wir können Livestream hin, okay? Ja. Party-Ding, also Übertragung anzählen. Warte, ich schau dich nicht zu. Jetzt. Lass mich mal. Zeig mal, wie viel Epische Zehn hast du. Zeig mal, wie viel Epische Zehn hast du. Zeig, wie viel Epische Zehn hast du. du hast? Kannst du mir bitte zeigen, wie viele epische Sigs du hast? Lama Glocke. Kannst du mir bitte zeigen, wie viele epische Sigs Sigs? Oh mein Gott, du? Ja? 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 Oh mein Gott, du? Ja, das passt, Tim. Tim ist easy. Schau mal in meinen Livestream. Schau mal in meinen Livestream. Du bist aber ein bisschen schlecht, oder? Ich hab schon ein Livestream. Im Livestream kann ich glaube ich nicht einschauen. Schau mal gucken. Ey, bist du 6? Weisst du, wie viele? Null! Zeig mal deine Hilfe, wie sie wünscht, du kleine Plimmern. Aber Plätze im Top 3 passt auch. Das passt. Besten Liste. Schau meine Besten Liste. Schau. Ich bin bei 11. Platz 11. Äh, epische Wünsche. Ich kann dir zeigen. Erstmal Solo, weil ich hatte 28. Platz. Ähm, 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 also 88. Siege. Mach mal los! Mach mal los! Dann hab ich, äh, dann hab ich in Duo 41 Siege. Oh mein Gott. Ja? Dann hab ich 35 Mal im, äh, Team gewonnen und war, äh, äh, 457 Mal, äh, unter den letzten 6. Ja. Und es ist schon 76 Stunden, 58 Stunden. Ich muss dich eben etwas sagen. Weißt du, dass mein Freund, er spricht Deutsch, mein Freund erwartet Babygames. Ich würd, ich kann dir Skins geben, wenn ich, wenn du willst. Oha, Eliminierungen in der Duo. Hier tauschen, oi 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 oi. Mein Freund, er wollte beide gerne, wenn du willst, kannst du gratis Kinn sagen. Ich warst nicht so gut. Kannst du ein bisschen lauter und deutlicher reden? Jetzt! Österreicher! Ist du eigentlich gut im, kannst du schönste reden? Zeig dir mal öfters, komm ich schon fü Perché. Nein læn ich viele từ code interferen. Sag mal so. Sag mal so, allem ja, du harmonicibel das, nehme ich jetzt was, sag mal. Na endeavors. Ich Suck mal so. Willst du mal meine Skins sehen und meine Penzi, dann komm mal mein Livestream rein. Warte, ich hab Livestream und ich kann auch zugucken, wenn ich live habe. Zeig mal Flos, mach mal Flos, mach mal alles Flos. Warte, die Qualität ist scheiße, mach Flos mal. Mach Flos, Junge, ich will auch machen Flos. Bremse, nein. Das nicht? Nein. Ich hab keine, ich hab halt so. Adler, mach Adler. Mach Adler, ich mach dann weiter weg. Ja, ist geil. Ja. Dann, 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 dann. Dann, dann, dann. Dann weiter. Weiter. Diesen Tanz hab ich erstellt, Junge. Diesen Tanz hab ich erstellt Adler. Das hab ich gemacht. Backwall, Fluss, habe ich nicht, das habe ich, hat jeder, das auch, nein, wenn ich auch haben, vielleicht da auch, das hat mein Couset, das hat mein Couset, der überlasst das Fluss, nein, 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 ah, scheiße, meine Hand, oh, oh Komm schau in meinen Livestream, schau in meinen Skins und meine Tänze. Darf ich mitspielen? Jaaa. Ey, Maurice, geh in meinen Livestream schauen. Schau mal live. Du hast einen guten YouTube-Kanal. Oh, oh, Lappo. Guck mir mal bei YouTube. Ey, Junge, Scheiße, mach ich die nach oder wie du da. Schau meine Skins. Du bist schlecht oder Talente. Maurice, schau meine Skins, meine Tänze. Also, ein, zwei, drei, vier. Geht schei, äh, äh, drei, vier, fünf, sechs. Warte mal, ich guck jetzt auf YouTube. Sieben, acht, acht, zehn. Ein, zwei, drei, vier, vier, fünf, sechs, zehn. Milla, schau mir da unten hin bitte. Sieb, zwei, acht, zehn. Wie dreißig ist der? Gott, der Fuss. Digga, ich bin Bettelfahrstufe 8. Oh, wie schlecht du seid. Guck mal meinen Rad nachher kehren, hör mal. Mit dem hast du halt. Ja, Junge, halt deinen Maul mit deinem freigekauft. Das ist Scheiße da. Lucky! Nee! Ey, Arschloch. Du musst diesen Tanz nach meiner Frau sehen, dann wackelt die nicht im Zitten rum. Kleines Kind leider, Alter. Was meckerst du so rum, ne? Schalke Kacke, Alter. Nicht? Okay, schau mal. Ob wir Huren sind, hab ich kein Wort, Junge. Meine Güte, ey. Schalke Kacke. Melah, 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 melah. Klatsch. Kacke Kacke. Dich? Das ist scheiße! Spass bei Seite. Uh, da kippt der Fischer 6, Alter, Junge. Da kippt der Fischer 6, Alter, Fall. Lass dich mal in Party hinein. Lass dich, Bruder, was geht? Kannst du mal nur unsere Hände machen? Abonnier mich einfach für dich. Mach jetzt! Ja, mach jetzt! Mach jetzt! U-L-E-I-S-I-F-I-S-F-C-I-I-X. Guck sein Gesicht, Bruder! Hä? Ai, 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 oi, oi! Uuuuuu. Hy ais sch Sud pan. Geiler Skill, auf jeden Fall! Hab ich mir gegönnt. Weil das so ein Mail já chama Samson? Haha. Ich hab gleich Deutsch gemacht. Jaha! Abnehm mich erstmal, Bruder. Los, kloos, boos. Ich bin leid, Mamris. Mal, zu denen hier? Ooi oi oi oi, ja, das war's. Ich hab alle in den Kommentaren irgendein Wort für Sarah. Dann teste. Lama Glocke! Ich mach die Lama Glocke! Das ist so schwierig! Okay! Nein, das ist schwierig! So, schocken wir die Tastatur jetzt! Nein, nein! Nein, nein, nein! Dieser Typ ist so witzig, Alter! So zwei Stunden und zehn Minuten live, Leute! Oh mein Gott! Ich gucke mir mal eben selber zu. Ja, ich hab heute Win geholt! Ich hab heute wirklich Win geholt! Sogar Livestream hab ich direkt Win geholt! Das war so witzig, Alter. Ich schwöre mal. Ich darf einfach nur sagen... Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Kannst du mal deine Fresse halten? Mein Gott, Alter. Regt mich auf. Meine Güte. Ich muss sonst gleich ja lachen. Ey, wir gucken vier Leute. Wie geil. Leise, leise, leise. Leute, guck mir die... Ey, die Würfel. Leute. Die Würfel. Ja, das ist einfach nur so ein Pfeil zu Greasy Groove, der Pfeil geht zu Greasy Groove, und dann geht der Pfeil zu Tilded, und dann ist der Tilded, aber ein Tilded Taurus kommt neues Gebäude hin, das wird, glaube ich, dann zerstört, dann wird, glaube ich, Greasy Groove zerstört, weil Greasy Groove gibt es noch gar nicht mehr, so, ich kenne mich mit Fortnite schon ein bisschen so geil aus, ne, ich glaube auch schon seit Team 2, so, von 6, fast 2 Jahre, oder? Ja, ich kenne wirklich schon fast 2 Jahre Fortnite, selbst vorne draußen ist sockig, also schon 2 Jahre, also ziemlich krass auf jeden Fall, Leute Ziemlich krass, dass ich jetzt nichts mehr, keine Waffe habe Du hast gleich eine Waffe, aber mein Kopf Auch mein Nackenbruder Metall Nein Bin behindert Ich glaube, ich habe Kuchen Ich habe Kuchen nicht, Junge Das ist ein Kuchen, glaube ich Mach mal so Kuchen Lacht man Lâcht desperate und Lo- bei Gold England Lâcht�� Lâcht BÄ alle bei leistung zu heute auf jeden fall wird das mal leisten ich bin ich bin am arsch ich will dich nicht helfen ich bin nicht riesig kommen jetzt zu geradezu gehen mal zu meinem freund heute war nur abdeck verpistet raus alter den schmuggel voll der buch und so weiter mein geld verpackt sagt man wirklich doch junge so wie den ausraster leute aber so können muss geburt mann alter ich hab schon halsschmerzen nicht so ein wichser hier mann digga du kannst mal leise sein ist wohl dass mein freund ist mein chinesen vor allem aber auch so schnick schnack schnack schnick schnack 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 hat er hat er hat er hat mann wir brauchen sollte jetzt an das malum nicht schön zu machen keine rechte die lehnen hast du schild die ja 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 guck echt was am essen und jetzt bin ich hab so Hunger ne ey geh mal raus da! Meine Granaten ey! Nimm sie mir! Dankeschön Arschloch Nein Boah, es gibt eigentlich noch, ne? Ciao, ciao Autsch Nein Das schreckt Heiliges Bastard Oh mein Gott Leute, ich schwöre, diesen Idiot ist so ein fucking Arschloch Nein, ich melde ihn Ich hab jetzt die Schnauze voll Ich melde ihn Was hält der? Ich kann ihn nicht melden Merden 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 Hecker Ohhhh Autschlochen Mein Brot M grant Mach Mach du Ding Poliskol 50 gegen 50 Da bin ich gute So schlecht Mach mal 50 gegen 50 Poliskol Du musst hier sehen, wie gut ich bin, Alter. Besser als Dich. So aktiv. Nein, nein, nein. Gleich sollte ich meine Musik, meine EJ-Musik starten gleich. Wenn der Secker aktiviert ist. Aber ich kann auch zocken. Wenn gleich startet ich das. Wenn gleich Ecolife muss gehen. Wer jetzt schluckt mich jemand an, dann lasst Dich raus. Wenn der Secker aktiviert ist. Wenn der Secker aktiviert ist. Wenn der Secker aktiviert ist. Hä? Hilf mich! warte mal nur du pupst du dir das ist aber leise hier ey hörst du mich Laki Laki ich hab keine Waffe Hallo sagst du mich? hörst du mich man richtiges Pupsgesicht der eine chinesische oder wie der weiß Pupsgesicht du ich? ja du Kackagesicht du Kackerskump ich hab keine Waffen oh Mann Mann hast du dich? Mella pass auf hast du dich guck mir zu hast du mich? dann schreib mal erst da unten einen Kommentar dann zeig ich dir es euch oh 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 Bob 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 wir schaffen das mein Spaß Doppelläutige kannst du mir abdrücken eine Waffe geben Laki kannst du mir abdrücken eine Waffe geben Laki hier für dich so ich verlasse halt nie Waffen für einen anderen lassen verlassen so ein Mensch verlassen so ein Mensch verlassen ich verlasse mal Match ich will doch ich kann nie Waffen ja aber verlasse doch Match mir doch kacke ja Mann so ein echte so ein wir gucken jetzt gerade alles zu Mann ich weiß jetzt gerade nicht wir werden alles auf YouTube zugucken Alter Bruder ich bin ich hab schon eine ich hab schon eine versteck die nimm die mit nimm die mit die Goldene Skar äh gib mir mal Dingsda wie heißt sie mal gib mir mal Pumkamon warte warte lass mal Pirates auf 3 äh 1 2 3 warte du bleibst du bleibst mach du jetzt mal warte 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 mit ja ja Warte Auf dich, Bruder! Gib ihm deine Ska! Ich bin Chinesen! Ich hab mich Chinesen! Ich bin Chinesen! Nein! Ich bin Chinesen! Spaß, Mann! Boah! Milla will nämlich jetzt nicht... Wenn sie sich schreibt... Kein Bock, meine Gerüchte Leisten beenden. Leisten beenden, macht keinen Bock, weiß ich mal... Verlass jetzt! Ich bin Chinesen! Ich bin Chinesen! Ich bin Chinesen! Ich glaube ich schreibe eine Waffe... Und... Oh mein Gott! Er hackt! Junge, hilf mir! Er kommt, er ist vorne! Von unten, von unten! So schlecht wäre! Mein Gott! Erzähl mir mal ein paar Witze, Chinesen! Chinesen! Ich bin kein Chinesen! Du bist Chinesen, das haben wir noch einen Chinesen in, Bruder! Ich liebe Chinesen, sag mal, du bist Chinesen, ne? Ich bin kein Kinosenge! Und deswegen bin ich ja auch! Ich sehe noch... Hey, Schneechen. Hallo Schneechen, how you have me? Hallo Schneechen. Schau mal, ich bin gerade am Schreien. Du quackst mich ab. Ja, warum? Alter, ich verstehe, ich muss dir nicht verstehen. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Heute schluck ich mit meinen Lippen, Marvel ist bei Malala verspürt. Oh mein, ich schreibe. Ich schreibe, ich schreibe. Jetzt kann ich die Wurzeln. Superfuck, man kann die Wurzeln ekeln. Ich schreibe, ich schreibe, ich schreibe. Ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ich hab dicke Lippen, ab! Wenn sie kein Kacken wollen, meinen sie das Tick am Stiel. Ich hab dicke Ticken, dicke Ticken, ich hab dicke Ticken in sie. Eins, zwei, 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 drei, 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 drei. Ich hab dicke Ticken, dicke Ticken, dicke Ticken, dicke Ticken, dicke Ticken, dicke Ticken. Ich hab das Kombi Lite auf dem Trueondo yutube-Steuin. Ich kanns am besten mal alles machen, so wie man vorgesperrt bleibt. Mach ich's bisschen. Aber ich kenn' wie der Windblasen. Fang ich an mit meinem Montag, was ich tun mit Windgasen. Jetzt ist Schluss mit Kacke. mach mal ne kackalacke Leute, was los? Junge, den Heck nun! Den Heck! Weißt du was? Tick dich einfach! Tschüss! Schluss, ich kann sich frei Ich bin jetzt gelöscht Jetzt ist Schluss mit Kacke Spaß, jetzt hör mal auf, Alter Mann, Gott Mann, Gott, ey Ja, guck mal alles zu Jo Leute, alle YouTuber, die mir gerade zugucken Alle Leute, die mir gerade zugucken Auf jeden Fall, lasst mir nochmal ein Live da Das habe ich gerade die ganze Zeit vergessen, euch das zu sagen Lass uns einen Wittenbaum nach oben und Sackgestein Jetzt ist Schluss mit YouTube 2 Mit meinem Geil-Heil Mit meinem Geil-Heil Mit meinem Geil-Heil Da kann die Der Wind klagen Jetzt ist Schluss nicht lustig Löst meinen Job-Bot-Bot-Bot Aber meine Lippen Mit meinem Geil-Heil pronounced Jetzt hast du deine Fresse, sonst liegst du auf der Haarku. Oh nein, raba 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 raba. Guck gesperrt bleibt. Guck gesperrt bleibt. Hi Mama, Buttilein, geht's dir. Ich bin müde Mama. Nein. Kannst du mich morgen früh da wappen, damit ich wieder dußen kann? Ja, dankeschön. Aber früh, ne? Ja, in 6 Uhr. Dankeschön, dass du mich in 6 Uhr wächst. Dankeschön Mama. Ist die Uhr 20? Ja, ich weiß, die Uhr 20 ist. Das dauert ein bisschen länger. Geil, dann kann ich ja mit ihm gehen, ne? Nein, Bruder, ich muss nicht was. Ey! Der Controller ist gut, Mama. Ey, eine Frage. Ich verkaufe die andere Piste, wenn ich aber die Dach abdeuge. Wie ist denn die Deckel in der Arschloch, du? Was ist Mama? Ich bin schon 2 Stunden und 33 Minuten live. Krass, ne? Für richtige Suche, ne? Für richtige Suche, ne? Ja. Oha, die neue Schneider. Reißt du mit live? Reißt du unten? Ja. Obwohl, es reicht. Was reicht, Alter? Ich geh nicht offline. Ich bleib online. Ich bleib online. Ich bleib online. Ich bleib online. Warum lachst du wieder so wie ein Affe? Jetzt ist Schluss mit Lachen. Es ist deine Lutsche, Chappes. Deine Lutsch, Chappes. Mit deinem Leben tocken. Scheiße. Ich bin ein Schwarz-1. Ach, Kai. Ich kann nicht mehr, ich kann nicht mehr. Ich bin ein Bock. 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 Schaar. Siehst du, Müller? Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Ich muss dich noch live bleiben. Halt mal. Killer. Ich verliere jetzt gar nichts, weil ich so gut bin. Mann, entassen mich. Nein, es ist eigentlich dieses … Soll ich welche hinein? Meine Stimme ist so scheiße wie eine Mülltonne Meine Stimme ist so scheiße wie eine Mülltonne Meine Stimme ist so scheiße wie ich den Nieder gestreckt Ich habe einfach vor ihm geschossen Ja moin ich habe 11 Abonnenten geil Ich freue mich jetzt richtig hart Abonniert mal bitte schön Die Emilia abonniere ich mal Dann hat sie schön wie ein Abonnenten Das ist so glücklich Oh ja ich habe einen gekillt Ich habe keinen Bock mehr auf Fortnite Oh fuck Junge Ich habe keinen Bock mehr auf Fortnite Ich habe keinen Bock mehr auf der Ich habe keinen Bock mehr auf die Schreie Ich habe keine Verkaufmacht War nicht zuviel Ich habe einen Bock mehr auf die schreib mal ein tscher Okay. Ey, sollen wir mal wieder lütteln? Warte mal, ich muss doch gerade noch einladen. Kacke, lütcht deine Kacke. Juni, du scheiß Idiot. Juni, du scheiß die Kacke. Ey, meine Stimme, ich muss, Bruder, meine Stimme, ich muss, Alter, meine Stimme! Ey, meine Stimme! Oh! oh ich weiß nicht, dass ich sie schlafen habe ja 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 Spaß, braun Was machst du? Du Scheiße! Mach mal Lama Glocke! Duda! Der... Im... Spiel... Ey! Duda! Chinese! Mach mal Lama Glocke! So? Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. was ist gerade unter mir sag mal was gerade unter mir ist ich schreib das unten rein was ist unter mir ich sag schnell Benni ich hab einen neuen Bug ne wie man seh unter wenn du äh bei äh verrückt bist siehst du ein Trisor ich kann sich jetzt warte mal guck mal das ist mega high, krass alter ich bin live und abonnier mich mal auf Youtube Bruder Richtig Teil wie das ist siehst ne guck ein bisschen nach oben ein bisschen nach oben muss man gucken deine Ecke jetzt ne da da ist ne Trisor da ne Ecke da wo äh wie viele noch leben guck dir's an oben rechts das weiße Ding ja krass ne krass ne Trisor krass oder ja ey ey hab ich gerade gesehen fast ne du gehst bei Fabrik dann steht da so ein Trisor also du kannst die Wände auch mal du gucken dass man wachst und so ne dann kannst du sehen was du äh dahinter was weg sind ich hab einfach grad ein Trisor gesehen richtig krass alter da wussten wir da ich wusste dass das eine Station ist also jeder hat ja früher mal gesagt es gibt so ne Fabrikstation also Brustfabrik Station vielleicht ist das irgendwas mit damit da kommt man dann alle verleiften da kommt man dann alle verleiften wenn ich mich noch verleifte also ohne die kann ich hab ich schon Sitz machen nun dich we antibiotic bist 척 hast du Hier dich bist hier Was? Was? Voll kass ohne die. Halt. Wie kriegst du dann dabei? Tief. Vielleicht. Was willst du denn machen? Halt. 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 Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. Ich bin kein Chineser, also ich bin kein Chineser. 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 Das ist schon 8 Millionen froh, 8 Leute, guckt mir zu, alter nie ein Lehm, alter, auf Schneese, guckst du mir auch zu? Nein, ich bin im Wunder, Alter. Ich bin jetzt von meiner Abonnenten hier. Alter, Mann! The Blue Ghost, Alter, wer ist das? Ey, Alter, wie heißt du, Mauri? Ist doch eine erste Spielwiese, 1 gegen 1, ich will dich abrassieren. Oh, Alter! Mann! Mein Gott, ey. Pascal ist noch, Pascal ist noch weg. Pascal. Was ist los? Okay, okay, du hast los, guck dir meinen Spin an, warte. Warte, bleibt drin. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ah. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha. Ich bin jetzt. Ich bin jetzt. Ja komm rein Ja komm rein Brunner Ja 2k fuhr jetzt bin ich auch fast recht Geil da kommt mir noch alles zu Wer kommt mir noch alles zu? Schreibt mal in den Kommentar Was ist das? 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 Komm mit mir rein Digamann Wenn ihr noch alles zuguckt Schreibt es in den Kommentaren auf jeden Fall Eben Ich hab kein Relan an Scheiße Ehm Acht Ehm Ehm Acht Ehm Ehm Drogen Spots Ehm 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 So Wenn der alles gleich diesen Bug sehen will... Lahn, zeig dich! Spart, Mann! Okay, ich zeig euch mal den Bug, wenn ich da noch hinkomme. Ich komme dann wieder, sonst mach es halt so. So, hörst du auf den Chineser, oder? So. So. Nein! Richtig! Ja! Niemals! Scheiße! Das macht so Chinesen so... Das ist einfach scheiße! Scheiße! Das, mein Chineser-Freund-Ause, Mann! Ah! 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 Pass, Mann! Hehehehe! Scheiße! Scheiße! Netzwerkfilme! Ach, Spaß! Aber bist du doch schon wieder... Warte mal, hat dich ein Hündchen attackiert? Hat dich ein Hündchen attackiert? Ich schwöre, ist das so... Das Hündchen hat bestimmt so geschrien, so... Ah! Leute, soll ich euch mal das neue Lied von Kapitala machen? Hört mal! Das ist mein Hammer! Ich bin Löwe, du kannst jeden fragen! Ich hab zu lange einen leeren Wagen! Ich bin Lieder! 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 Dann holst du jetzt das Lieder! Ja! Ich bin Lieder! 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 Ja, ne? Wie schnell der Tag war, ne? Ich bin Lieder! Wenn ihr jetzt eine Hintergrundmusik haben wollt, Alter, wir haben für 19 Uhr, wir gar nicht mehr schlecht auf! Also, erst in drei Stunden! Oh, wer... Oh, wer guckt mir grad bei YouTube zu, Alter! Ich weiß nicht mehr, wenn man grad in den Zug guckt, Alter! Ich denke, ich hab so viele Abos, ne? Spaß, Mann! Echt Abos! Was? Kann man machen, ne? Arschlach! Arschlach! Ey! Arschlach! Fuck, Mann! Toll valid! Ich bin in der Erdberger Woche! Ey! Also, heute! . Tö 오늘, da? Was ist doch? ― colorful personenkinental Churchill Moritz ...über nach einer Woche.» Moritz! Wenn das Kind verschenken muss dann kommt und ich schenk dir alle meineあーsend. Omar. Wie viele Skins hast du? Wenn das Verschenkskinds-Modus kommt, ich schenke dich fast alle dann. Weil mir ist egal, nur welches. Ich bin immer noch gut. Leute, Leute, Leute. Beste jetzt dein Lieblingsessen. Kratsch, Royaleut. Kratsch. Alter, kennst du diese Royale? Kratsch, Royale. Kratsch. Kratsch, kennst du ihn? Ich kenn ihn. Oh, oh... Kratsch... Kratsch... Maur... Mauriens Royal! Ey, dein Intro könnte Mauriens Royal sein. Mauriens Royal! Passt doch! Cool! Schnell! Moin! Grennt! Das ist alles ne... Warte mal, schau mal! Warte mal, Junge! Harte mal in der Fresse! Warte mal! Yes! Yes! Er hat alles in der Hände! Warte mal! Warte mal! Doch hört man mich! Cool! Warte mal! Warte mal! Warte mal. Warte mal! Warte mal. Oh my god Tiji! man bekommt mir noch die ganze zeit und leistin zu der da unten die ganze zeit mit zukunft er schreibt in den chat rein da unten in der leistung rein dann glaube ich so Wenn du mir nicht zuguckst, ne? Halt deine Krösten! Halt deine Schnauzen! Ich brauche zu labern! Zeichen jetzt, oder? Fänger liegt! Screenshot? Screenshot? Meinst du Screenshot oder Screenshot? Screenshot oder Screenshot? Ey, ich glaube ich beendet's lassen, Leute! Aber ein bisschen... Ein paar Leute noch eher anbocken, glaube ich. Hau rein! Screenshot! ... Schwenщеuse! Screenshot! 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 Screenshot- Parken, Livestream, ich leg da Übertragung ansehen, dann riefst du meine Übertragung an, Kollege, schlack, schlack, schlack. Du bist ein verdammtes, schlack, 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 schlack. Hi, Thor. Ich möchte das gleich aus, ich bin schon, ich habe schon eine Kontrolle, äh? Vorneid. Ja, aber der Eins, nicht der Zwei. Ich bin voll der Dreck, ich habe schon eine Kontrolle kaputt gemacht von mir, weil ich ausgelassert bin. Ich bin voll der Dreck. Ich bin voll der Dreck. Hi, Black Cat. Hi, Black Cat. Hi. Hi Marcel. Ich bin mir rund, ich habe schon einen Kontroll kaputt gemacht. Hör mal, es sagt ihm, damit er Durst macht. Ja, mach Drift, mach Drift oder... Was? Ich koste Granaten, Junge. Ja? Mach Drift oder ich spiel nicht. Hallo, Junge. Mach Angst. Ich habe nichts mit Niab Ja, was denn? Ich tanze immer, wenn ich... Soll ich mir so machen? Du tanzt deinen Tanz mit diesen Stangen. Christian. Christian. Was? Also hat der zweite einen Account gemacht und hat Battle Pass und hat erduzt. Und du Jägerin. Ich gehe in den Köln. Kirill, immer wenn ich einen Köln mache, mache ich Scheresteinpapier und wenn du einen Köln machst, machst du diese... Wie heißt das? Mit diesen... Ding sonst. Ich gehe nach da. Ich habe den Fallschirm mit dem Lama. Ich habe das Fallschirm mit dem Lama, wonach es von so einem Volkslama hießt. Der hat die falsche... Die in die Hotelküsse gehört mir, okay? Lass die nicht schlufen. Hallo. Du darfst hier nicht schlufen. Hier, sonst verlasse ich jetzt. Ich muss vielleicht gleich offline, nein. Ja, musst du. Ich habe die Sniperin, boys. Schau die Spielwiese. Nein, wir spielen 50. Und du das... Weh, du tretest mir bei. Ich kick dich. Warum? Weißt du warum? Weil du nicht... Mein... 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 Ich spiele auch 50 gegen 50. Pures Gold. Sein Juni darf nicht online spielen, mit fremden Leuten. Der darf nicht nur noch spielen. Ja, aber ich mache ja nichts, Alter. Ich bin nett. Trotzdem, der darf da... Der darf... Der darf mit keinem Online-Spieler spielen. Nicht verstanden? Keine Online-Spieler. Ey, was spielst du 50 gegen 50? Pures Gold. Ja, Pures Gold. Ich auch, Juni. Ich bin auch. Ich habe Scar. Ich habe Scar. Also ich habe Scar. Ich sage dir, welche Waffe ich habe. Scar, Sniper, Handkanone und diese... Und diese Ding, wo man so Pen macht, wo man so ein Visier ist, dass die Gegner gelb sind. Und ich habe die Waffe im Infrarot-Sturmgewehr, im Infrarot-Sturmgewehr. Mama, diese Waffe brauche ich. Ich bin sehr gut daran. Ich bin auch sehr gut. Oh mein Gott. Ich habe ihn gesnipet. Was? Hier, guck. Das ist meine Waffe. Da, da, da. Das ist meine Waffe. Das ist meine Waffe. Und das ist meine Waffe. Ja, oder ich spiele noch mit, äh, mit André. Okay. Hinten. Hinten haben wir. Hinten haben wir. Ich kann gerade nicht. Hier, komm. Ich habe... Marcel. Was? Weißt du, was vorher passiert ist? Du, ich zeig dir dann das. Ey, weißt du, ich war in Tilted. Vorher, in 50 gegen 50, Pures Gold. Ein Gipirant geht vorne. Ich snipe ihn vor ihm und treffe ihn. Ich snipe ihn vor ihm. Es ist fast nahe, denn ich snipe ihn und treffe ihn. Das zweite Mal, dass mir das passiert ist. Das zweite Mal ist mir das passiert ist. Das zweite Mal. Kommt zu mir. Aha, so weiter. Hinten. Crench Royal, Leute. Ich bin Crench Royal am Start. Hinten. Hinten, Leute. Hinten, Leute. Der Skin hilft mir, eine Asse-Skin. Ich schwöre, du findest nett. Ich will mich den Asse-Skin kaufen. Ich habe so ein Programm heruntergeladen, dass ich nachher Debux bekomme. Oh, Galaxy Skin. Hast du Galaxy Skin? Nein, aber ich zählt fast gar nicht. Was ist das? Warum helfen Sie mich immer? Können Sie nicht andere Leute snipen? Tansch mal, tansch mal. Dein Tim. Dein Tim ist in der Musik. Help mir, Ravok. Ein Ravok, helpf mich. Dein Ravok. Vor mir zwei helfen mit fünf. Elf helfen mich, Junge. Ich bin beliebt. Ich bin gelade mit Freunden. Mit Crench Royale zu Leuten. Was? Meine Fans, ich zog mit Abo und mache eben Abo-Zog. Nein. Komm, ich zog ein Zusammenspiel wieder. Hatte noch nicht verlassen. Die checken. Die nerven mich. Mich? Na. Dann lösch dich aus der Freundeliste. Schon falsch? Du kischst mich, ich lösch dich dann. Ich gehe gleich auf da hin. Ich muss gleich DJ machen. Nein, heute ist Sonntag. Scheisse. Ich habe Bauchmuskeln, Junge. Mega. Ich habe mega Bauchmuskeln. Ich habe mega Bauchmuskeln. Alter, ich spiele noch fünf Runden oder noch ein paar nachher so eine Spielweise. Und wenn ich mal zog, zog ich alleine. Und dann zog ich letztes Mal Pures Gold und ansonsten gehe ich offline. Gut. Ich bin unten, okay? Ich habe einfach da rausgekickt. Einer hat mich mit einer Bombe abgeschossen. Sniper, Sniper in Gold. Echt. Ich habe aber null Patronen. Echt? Ich bin unten. Wenn du willst, komm zu mir. Ich bin unten. Ich habe da einfach der erste gekickt. Aber warte mal. Ich kann nicht. Skar, Skar, Gold, Skar. Gold, Skar. Und die neue Sniper. Ich habe, äh, habe Mundi. Nein, zwei Mundi. Ich habe einen guten Mund. Marcel, hast du morgen nicht Schule? Ich habe aber eine Skar. Hast du morgen Schule, Marcel? Ja, ich habe morgen Schule. Ich schwöre, ich will fünf Tage nur vorne zocken und drei Tage, das reicht mir nur schon. Was? Marcel, hat dein Cousin, hat dein Cousin ein Skin? Was? Hat dein Cousin ein Skin? Mein Cousin hat hier ein Skin, richtig. Wenn er kein Skin hätte... Warte, wie heißt er? Daniel, wie heißt er, dein Cousin? Ja! Ah, ist ein Köln? Daniel Grill, Iril, wenn du kein Skin hättest, hätte ich dich ein Geschenk, wenn du es hier wärst. Ich schwöre, Marcel, ich hätte das gemacht, wenn du das Kind... Danke, danke, guck, was ich habe. Ich hätte das geschenkt, was? Tut mir leid, wenn du... Ja, und? Leute, ich zocke nicht mehr 24 Stunden am Tag. Leute, vorher habe ich 24 Stunden am Tag gezockt, ja. Okay. Ich mache Leid dann, Marcel. Aber die Stimme wird vom Party nicht geteilt, habe ich so eingestellt. Eben, Leute. Ich schwöre, ich zocke nicht mehr 24 Stunden am Tag, weil das nicht zu viel ist, damit ich züchte. Okay. Boah, ich hoffe, das kann ich nicht mehr tun. Morgen kommt ein Video raus, ein Live-Stream, ein Video wird später rauskommen. Morgen, welches Video? Leute, 100.000 Likes an diesen Stream. Leider, ich bin kein YouTuber, leider. Ich schon. Leute, 100 Likes an diesen Live machen wir zwei Videos. Also, wir machen dann Born-Night-Tänze zusammen. Und machen wir nachher, ich und meinen Freund. Geil. Ja, geil. Und der nächste Challenge wird Revolver-Challenge sein. Der letzte wird Revolver-Challenge sein. 100.000 Likes an die beiden Challenge. Nein! Eine Falle! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich habe sie in der Falle überlebt! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Ich hab den mit dem Skar getroffen. Autsch, Autsch, Autsch! Ich hab schon zwei Kills weg. Hast du schon zwei Kills? Wie viele Kills? Ja, ich hab zwei Kills. Aha, ich hab zehn Kills. Warte, ich hab normale Sniper. Ich hab einen noch letzter. Wenn ich mir den hole, dann hab ich drei Kills. Wenn ich mir den hole. Mama! Ich mach ganze Zeit Kills. Mama! Los peinere! Los peinere! Der letzte muss irgendwo versteckt sein. Was ist das andere? Das ist ca. Marcel, wenn ich will, darf ich bis morgen zocken. Ich kann bis morgen zocken, wenn ich will. Ich gehe schnell in einer anderen Party, schon ein Freund. Mama! Ja, Mama! Ich hab zwei Kills. Marcel, ich schwöre. Meine Mutter hat gesagt, wer nicht will, darf ich bis morgen zocken. Leute, tausend Likes. Ein Tag vor mir zocken. Ich hab den Tast bekommen. Der ist abarm zu von euch hier. Ich hab Pixel Royal... Ich hab Pixel Royal bekommen. Ich hab Pixel Royal bekommen. Ich hab Pixel Royal. Ich hab Pixel Royal bekommen. Leute, wir sehen uns in der Live morgen mit Crenshaw. Peace, Leute.